Ich bin jetzt seit 5 Wochen im Kaloriendefizit und das tatsächlich auch ohne eine einzige Ausnahme. Klar kommt ab und zu mal der hier durch. Ist ein Pudding, ist ein Pudding, ist ein Pudding, ist ein Pudding. Weil vor allem hochkalorisches Essen gar nicht mal so ungeil ist. Aber mit etwas Disziplin und entsprechenden Verhaltensweisen ist so eine typische Sommerdiät echt kein Hexenwerk. Hier also ein kleiner Einblick, wie es mir bisher ergangen ist und was du davon auch mitnehmen kannst. So, also ihr seht jetzt das Video vom Stand vergangenen Sonntag. An dem Tag endete nämlich meine fünfte Diätwoche. Man kann also sagen, dass die erste Phase abgeschlossen ist. Und die lief halt wirklich genau so ab, wie man das im Vorfeld auch erwarten konnte. Thema Training. Natürlich essentiell, wenn man nicht nur Gewicht, sondern vor allem Fett verlieren möchte. Ich trainiere dafür 5 Mal die Woche, beginne da mit einem klassischen Push-Legs-Pull-Split und mache an den anderen beiden Trainingstagen dann noch zwei Ganzkörperpläne, jeweils auf unterschiedliche Muskelgruppen aufgeteilt. Also unter anderem Brustdrücken am ersten Tag und die Arme dann am zweiten. Das Training in der Diät, das sollte dabei auch nicht großartig anders sein als im Aufbau. Der Wiederholungsbereich, der liegt je nach Übung zwischen den typischen 5 bis 15 Wiederholungen und pro Einheit sprechen wir davon ca. 15 bis 20 Arbeitssätzen. Gerade am Anfang einer Diät sollte es auch noch kein Problem sein, sich trotz des Kaloriendefizits im Training zu steigern. In meinem Falle habe ich beispielsweise vergangene Woche das erste Mal die 140 Kilogramm beim rumänischen Kreuzheben bewegt. Vielleicht jetzt nicht ganz mit der perfekten Ausführung, wenn man jetzt die Beugung in meinem Kniegelenk anschaut, aber insgesamt doch ganz beachtlich, würde ich sagen. Ein Kaloriendefizit ist also noch längst kein Grund, das progressive Training einzustellen. Besonders jetzt in der ersten Phase. Bei der Ernährung habe ich dann alles so gut ich konnte durchgezogen, wie ich das eben im ersten Video angekündigt hatte. Höchste Priorität hatten für mich dabei natürlich die Kalorien selbst, die immer in diesem Fenster zwischen 2200 und 2300 Kilokalorien pro Tag sein sollten, damit ich eben auf dieses gewünschte Defizit von 600 bis 700 Kilokalorien komme. Das zweitwichtigste war dann noch auf genügend Eiweiß zu kommen. Ein guter Richtwert in der Diät sind da 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und die erreiche ich persönlich mit ca. 180 Gramm pro Tag. Da kann man natürlich sagen, dass es früher mal schwer war. Aber mit unseren heutigen Mitteln, ganz ehrlich, da ist es doch eigentlich Kindergarten. Es gibt halt im Supermarkt mittlerweile so viele Lebensmittel, die einem Protein und Genuss gleichermaßen bieten können. Bei mir selbst sind natürlich auch die klassischen Supplements immer viel am Start, wie zum Beispiel aktuell das Sperum Whey von Gannicus, das ich vor allem denjenigen empfehlen kann, die ein günstiges Whey suchen, das aber auch noch in Wasser richtig vollmundig schmeckt. Ansonsten sind bei mir gerne auch die Protein-Pancakes von ESN mit am Start, die ich mit dem Black & White Cookie Sandwich Flavor halt einfach richtig lecker finde. Und auch neuerdings diese Egg Whites von Elite, die halt auch stinknormalen, vegetarischen und dadurch fettarmen Maultaschen noch das Protein mitgeben können. Und von Zero-Getränken will ich gar nicht erst anfangen. Die sind für mich eh schon seit Jahren absoluter Cheatcode. Genauso wie diese Light-Soßen, by the way. Dass allerdings trotz Einhalten der Ernährung nicht alles nach Plan verlaufen muss, zeigt mein bisheriger Gewichtsverlauf. In der Anfangsphase hatte ich zwar schon den erhofften starken Drop nach unten, aber seit Ende Juli hänge ich halt in so einer ziemlich ätzenden Stagnationsphase. Die lässt sich jetzt logischerweise nicht mit meiner Ernährung begründen, sondern kann in der Praxis auch zig andere Gründe haben. Beispielsweise war in dieser Zeit meine eigene Website, wo man diese ganzen Fitness-Deals jetzt einsehen kann, eine enorme Zusatzbelastung, die halt auch einfach Stress verursacht hat. Und das kann natürlich auch den Gewichtsverlauf, beispielsweise durch Wassereinlagerung, beeinflussen. Aber wichtig ist, dass einen nichts davon auf irgendeine Weise vom Weg abbringen sollte. Natürlich fühlt sich das jetzt an meiner Stelle nicht so geil an, wenn das Gewicht schon seit längerem nicht mehr fallen wollte. Aber irgendwann wird auch da der Zeitpunkt kommen, wo sich das Ganze einfach wieder einstellt. Wenn ich aber etwas bemerke, und auch das ist jetzt ehrlicherweise nichts Ungewöhnliches, dann ist es das, dass sich meine Alltagsbewegung langsam etwas zurückschraubt. Ich versuche zwar nach wie vor auf meine Schritte zu kommen, da bin ich auch so gut wie immer überhalb meiner Zehntausender Vorgabe gewesen. Aber abseits dessen merke ich einfach an so Kleinigkeiten, dass ich fauler und vor allem auch träger werde. Typisches Beispiel beim Zähneputzen, da stehe ich nicht mehr vor dem Waschbecken, sondern ich setze mich einfach auf die Badewanne. Ich habe ja jetzt in den ersten Wochen den Dietsupport von Peak namens Shredded to the Bone ausprobiert, aber der ist halt bei diesen Lethargiesymptomen echt limitiert. Ziel dieses Pulvers ist es ja vor allem, den Heißhunger zu unterdrücken, was zugegebenermaßen mal besser und mal schlechter funktioniert hat. Plus soll es vor allem die Thermogenese ankurbeln, also die Umwandlung von Fettgewebe in Wärme. Das merkt man jetzt allerdings in der Praxis nicht so viel. Es ist also nicht so wie beim Ignite von HPN, dass man auch ohne Aktivität plötzlich wie wild anfängt zu schwitzen. Und deswegen ist der Shredded to the Bone auch nicht für diejenigen geeignet, die etwas gegen diese typische Diätlethargie suchen. Das erwarte ich mir dann schon eher vom Nonplusultra-Diet-Support von Overshield. Der soll nämlich zusätzlich zu dem, was der Shredded to the Bone bieten konnte, auch noch einen gewissen Energie-Push mitgeben und deshalb steige ich für die nächste Zeit auf dieses Pulver hier um. Das andere Produkt, das ich ausprobiert habe, das waren die Eat Less-Kapseln von HPN, die der Theorie nach in dreierlei Hinsicht wirken sollen. Vor dem Essen sollen sie das Hungergefühl zügeln, während dem Essen den Blutzucker stabilisieren und dadurch den Heißhunger im Zaum halten und nach dem Essen ebenfalls bedingt durch den stabilisierten Blutzucker den Hunger nicht so schnell wieder aufkommen lassen. Den Gedanken hinter dem Produkt, den finde ich tatsächlich richtig geil und ich habe auch schon Nachrichten wie diese hier bekommen, wo Follower mir sehr positiv vom Eat Less berichten. Aber ganz ehrlich, der wahrgenommene Effekt wäre für mich jetzt nicht den aufgerufenen Preis wert. Wenn Geld keine Rolle spielt und man echt Probleme mit dem Hunger hat, dann go for it. Aber wenn man sich jetzt für nur ein Light-Support-Produkt entscheiden müsste, würde der Eat Less bei mir hinten runterfallen. Da ich jetzt aber langsam aber sicher in die zweite Phase der Diät komme, plane ich nun nochmal ein paar kleinere Dinge in meinem Alltag zu optimieren, um einfach generell besser durch die Diät zu kommen. Allen voran nehme ich mir vor, dreimal am Tag ein großes Glas Wasser zu trinken. Das für sich genommen verbrennt nämlich tatsächlich auch schon Kalorien. Ist also der Sache schon mal sehr dienlich. Plus sorgt es natürlich auch dafür, dass der Magen gefüllt bleibt und dadurch das Hungergefühl nicht allzu stark aufkommt. Außerdem werde ich jetzt noch daran arbeiten, noch gezielter die Sättigung meiner Mahlzeiten zu steigern. Da ich nämlich so ein faules Stück bin, habe ich mir trotz Diät immer noch sehr gerne diese Schinken-Käse-Toast hier gemacht und mich danach darüber aufgeregt, dass ich immer noch hungrig bin. Aber diesen Zustand könnte man halt relativ leicht vermeiden, wenn man nur etwas mehr Gemüse in die Ernährung einbaut, als ich das bisher getan habe und dann halt auch noch auf so Dinge wie Toastbrot einfach eher verzichtet und sie mit Kartoffeln oder dergleichen austauscht. Das wäre ja auch mal was. Und dann sollten auch die nächsten Wochen wieder laufen. Diäten an sich, wenn man sich jetzt nicht unbedingt in Wettkampfform runterhungert, sind halt echt kein Hexenwerk. Und solange man sich im Training steigert und seine Ernährung halbwegs einhält, gibt es auch wirklich keinen Grund, sich von irgendetwas verunsichern zu lassen.